Unsere Aufgabe beim kulinarischen Kino ist es, aktuelle Filme zum Thema Essen und Trinken zu finden. Dabei wird das Thema Nahrung sehr weiträumig gesehen. Es geht nicht nur um Geschmacksfragen, sondern auch um ökologische und soziale Themen. Die aktuelle Ausgabe des kulinarischen Kinos steht unter dem Motto Life is delicate. Das Leben ist delikat. Das Leben kann ja süß, kann bitter, kann sauer, kann hart sein und auch delikat. Natürlich, wenn es Delikatessen zu essen gibt. Aber insbesondere auch im übertragenen Sinne, wenn es um sensible und heikle Themen geht. Ein heikles Thema ist zum Beispiel Erinnern und Vergessen. Und genau darum geht es im Kern des kulinarischen Kinos. Bei uns gibt es während der Filmvorführung im Gegensatz zu anderen Kinos nichts zu essen und zu trinken. Erst nach dem Film wird ein Menü serviert, das ein Spitzenkoch oder eine Spitzenköchin zubereitet hat, die den Film vorher gesehen hat. So erinnert sich das Publikum beim Essen an den Film, den es vorher gesehen hat. Es geschieht ein delikater Transfer der Emotionen. Das ist nicht nur beim kulinarischen Kino der Fall. Das gehört auch zu unseren Alltagserfahrungen. Denn alle unsere Erinnerungen basieren darauf, was wir als Kind gegessen und getrunken haben. Life is delicate. Wir meinen damit eigentlich nicht nur Nahrungsmittel, die teuer sind oder schwer zu beschaffen sind. Nein, Geschmack ist eine Frage der Aufmerksamkeit. Eine Scheibe Brot, langsam und mit Genuss gekaut, entwickelt auf der Zunge, im Gaumen, in der Nase, in der Psyche, so viel Geschmack, dass manche sogar die Körner singen hören. Gutes Essen ist eine Frage der Zeit und das ist auch die Verbindung zum Film. Food und Film haben etwas gemeinsam, das ist das Timing, sagt der Kameramann Michael Ballhaus. Geschmack ist also nicht nur ein kulinarischer, sondern auch ein kultureller Wert. Und deswegen machen wir kulinarisches Kino, weil wir daran erinnern möchten, dass Essen Kultur ist. Vielen Dank.